Er ist der härteste Hund dieser Erde, Johnny Knoxville, bekannt aus Jackass, den wirklich extrem lustigen Brutalo-Stunt-Filmen, in denen der 39-jährige Amerikaner sich und seinen Freunden ernsthaft Schmerzen zufügt. Am Montag besuchte der Schauspieler mit Jackass, Regisseur Jeff Tremaine, die Bild-Redaktion, um seinen neuen Film zu präsentieren und um über sein Gemächt zu reden. Nach der Fragestunde ging es ans Eingemachte, die Currywurst-Betal mit der schärfsten Soße der Welt. Schärfe wird in Scoville gemessen. Tabasco hat 2.500 Scoville, aber diese Soße 7,2 Millionen, ist also fast 3.000 Mal schärfer. Und der erste von uns, der Milch trinkt, hat das Brut, oder geht weg, hat er verloren. Okay? Can I just lose? Okay, schau. Well. Es ist okay. Es ist Suzy Swallow. Oh, man. Es ist alles. Man, das ist heiß. Man, das ist heiß. Man, das ist heiß. Man, das ist wirklich durch deine Körper. Und es macht dich fühlen, wie... By the way, der Winner ist, der will es alles essen. Es wird einfach immer schlimmer und schlimmer. Ow! Du bist wirklich gut genug für es. Ow! Oh, das ist das. Okay. Okay. Tell me, did you eat a whole one? Sorry? Did you eat a whole one? Well, I tried, because I want to win against you. It's getting worse and worse. Yeah. I mean, I said no. Luke is not helping. He's crying. This man has brought the tears. Oh, man. It's bad. It's bad. Have one. Have one. No, no. Have a one. Why do you stop eating, though? I think you're about to win. Congratulations, you're the winner. Oh, no. Oh, no. Wenn Johnny Knoxville noch mehr leiden sehen will, geht ab dem 28. Oktober ins Kino, wenn Jackass 3D anläuft. Sehr, sehr, sehr lustig. ganz gut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein elaborate. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020